Ich bin die Leonie. Ich mache seit zwei Jahren eine Ausbildung zur Kauffrau im großen Außenhandelsmanagement. Meine Aufgaben hier sind in erster Linie die Kollegen in allen Bereichen zu unterstützen. Jetzt im Moment zum Beispiel bin ich im Einkauf tätig. Neben dem Einkauf sind vor allem der Verkauf und der Export hier eine große Abteilung und auch in der Reklamation und in der Buchhaltung durfte ich schon Erfahrungen sammeln. Hier in der Firma gefällt mir besonders gut das kollegiale Umfeld. Jeder hilft jedem und das ist besonders in der Ausbildung denke ich sehr wichtig. Wenn du dich hier bewerben willst, dann solltest du auf jeden Fall daran Spaß haben im Team zu arbeiten und dich in gewisser Weise auch für unsere Produkte interessieren. Hier wirst du aber auf jeden Fall auch unterstützt, denn wir bekommen hier regelmäßig Schulungen und lernen dadurch die Produkte besser kennen.